Jetzt kommt der Molo, oder? Nein, scheiße Nade. White Box, White Box, White Box. Wir müssen den Lilen einfach nur dazu bringen, den Molo zu werfen. Der hat nur noch ein Molo. Der kann nichts mehr werfen, außer den Molo. Komm, bisschen Nades werfen, um den zu animieren, dass er auch Nades wirft. Einfach wirf alles raus, was du kannst, Junge. Mach ich. Damit der Typ so merkt... Scheiße, ich hab das überhaupt gebraucht, das nicht. Er wirft Molo, er wirft Molo. Komm rein, komm rein, Mitte, Mitte, lauf. Knife mich an, Knife mich an. Geh rein, Max. Du bist so ein Idiot, Max. Du bist so ein Fallidiot. Wie du immer versuchst auf Legit zu spielen. Richtig traurig ist das. Wärst du reingegangen, wäre der Typ jetzt schon gekickt. Dann hätte er gerade den dritten Teeprack gemacht. So, wie schon. Scheiße. Bitte geh dich rein. Bitte geh dich rein. Du bist so ein Huren... Du bist so ein Anti-Made, Max. Ohne Spaß. Du spielst nie auf Grief. Nie. Ja. Das ist so Hurensohn-like.